Willkommen zurück zu The Division, mein Name ist Latan und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Shopping Guide. Heute Nacht um 2 Uhr wurden die Händler resettet und das bedeutet, dass wir neue Waren im Angebot haben. Jetzt werde ich erstmal hier beim Spezial Ausstattungshändler reinschauen und danach gehen wir dann in die Dark Zone 3 zum Dark Zone Waffenhändler und gucken was der noch im Angebot hat. Gut, was hat der denn schönes? Die Historian. Die Sniper für all jene, die ihre Credits oder ihre Phoenix Credits zum Fenster rausschmeißen wollen. Ganz ehrlich, ich kann es nicht verstehen, wie man eine Named Waffe anbieten kann, die so unterdurchschnittlich gut ist, um es nicht zu formulieren. Also wenn ihr keine Sniper habt, dann könnt ihr euch die kaufen, ansonsten würde ich euch ehrlich gesagt davon abraten. Denn wie ihr hier sehen könnt, die hat nur 3 Modplätze und wie gesagt, wenn ihr unbedingt eine Sniper braucht und keine andere habt, dann ist es eine Überlegung wert. Ansonsten würde ich euch ehrlich gesagt davon abraten, auch die Talente, die jetzt drauf sind, sind nicht so wahnsinnig toll. Von daher, also ich würde sie mir nicht kaufen. Ich würde lieber versuchen, mir was zu craften oder auf den Drop warten. Gut, dann haben wir hier noch eine M870 Military Version, ist eine Shotgun, hat einen sehr hohen Einzelschussschaden, wie ihr hier seht. Hat 5 Kugeln im Magazin, das kann man natürlich mit einer Magazinerweiterung etwas verbessern. Ansonsten haben wir hier noch Dominant als Talent und was haben wir hier noch, dann haben wir hier Fähig und wir haben Brutal. Brutal ist natürlich für all jene, die viel Schaden machen wollen, eine ganz tolle Sache, macht einfach mehr Schaden auf den Kopf. Finde ich keine schlechte Shotgun grundsätzlich, die anderen Talente wie Fähig und Dominant, gut, da kann man drüber streiten. Ich persönlich finde die Talente nicht so gut, aber muss dann, denke ich mal, jeder für sich entscheiden, denn jeder hat ja auch ein bisschen einen unterschiedlichen Anspruch an die Waffe. Dann haben wir hier noch die AK47 Classic, ist ein Sturmgewehr, hat das Talent kompetent, zerstörerisch, ist ganz gut gegen Rüstung und tödlich ist natürlich auch eine hervorragende Sache, hebt einfach nochmal den Crit-Schaden. Dann haben wir hier eine M1A Classic, da schauen wir mal in die Talente. Hat das Talent ausdauernd, hebt halt die Lebenspunkte um 6%, schmerzhaft, hat man eine Chance auf blutende Wunden und ausgebildet. Ja, das Talent, da rätselt so mancher drüber. Ganz ehrlich, wenn jemand genau erklären kann, wie dieses Talent funktioniert oder was das genau beeinflusst, dann kann er das mal in die Kommentare schreiben. Ich habe wirklich jetzt ein paar Leute gefragt und keinem ist es so wirklich klar, von daher könnt ihr mir ruhig reinschreiben, wenn ihr es wisst, ich habe keine Ahnung. Ich würde mir die M1A Classic ohnehin nicht kaufen, denn da fehlt ein Mod-Platz und wenn man jetzt unbedingt einen Sniper braucht, weil man überhaupt gar keiner hat, dann kann man das vielleicht machen. Ich persönlich würde es nicht tun, begeistert mich nicht so sehr. Schauen wir hier noch, was wir ansonsten haben. Hier haben wir Treue des Jägers Rucksack, 191. Könnte man durchaus machen, schauen wir mal drauf, wie es da ausschaut. Ist schon mal Munitionskapazität drauf, das ist sehr gut. Gut, dann haben wir hier Rüstung, könnte man entweder wegrollen oder, also wegrollen, um vielleicht kritischen Trefferschaden drauf zu machen, könnte man aber auch drauf lassen. Dann haben wir hier noch die Talente Befestigungswirkzeit und Erste Hilfe Selbstheilung. Könnte man durchaus machen, wenn man jetzt einen Rucksack unbedingt braucht, finde ich auch durchaus angemessen. Der Schaden ist okay und es ist ein Mod-Platz drauf, das ist auch schon mal sehr gut. Es ist Munitionskapazität drauf, das ist auch sehr gut und wie gesagt, ob man jetzt die Rüstung durch was anderes ersetzt oder drauf lässt, das ist dann jedem selbst überlassen. Dann haben wir hier nochmal Zeichen des Predators Knieschoner, auch 191er, mit Rüstung drauf, exotischer Schadensminderung drauf. Da ist jetzt kein Mod-Platz drauf, da könnte man eventuell exotischer Schadensminderung wegrollen, Rüstung drauf lassen und wäre auch eine Überlegung wert, wenn man denn auf Predator geht. Schauen wir mal weiter, was es sonst noch so schönes gibt. Hier haben wir natürlich die neuen Blaupausen jetzt mit 1.2, ganz klar. Da könnt ihr mal reinschauen, könnt ihr euch selbst was zusammencraften. Und alle anderen Sachen sind eigentlich geblieben, wie sie waren. Hier die Blaupausen, da gibt es glaube ich soweit nichts Neues. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder in der Dark Zone beim Waffenhändler. Und da sind wir schon da beim Dark Zone Waffenhändler. Schauen wir mal gleich rein ins Sortiment, was der so schönes für uns hat. Und zwar als erstes hat er hier mal eine Schrotze und zwar die M870MCS. Sonderanfertigung hat einen recht hohen Einzelschussschaden, hat das Talent Kenner fordernd und erbittert. Bei den Talenten ist es wie gesagt immer so eine Sache, je nachdem was man denn da für einen Spielstil hat, kann es sein, dass die Talente einem passen. Mir persönlich als DD passen die Talente jetzt nicht so sehr. Das Einzige, was ich wirklich gut finde, ist hier das Talent erbittert, denn das hebt den kritischen, also die kritische Treffer Chance um 8%. Und das ist immer eine feine Sache. Ich persönlich würde mir die Waffe also nicht kaufen. Dann haben wir hier noch eine M44 Sonderanfertigung. Ist eine Sniper und zwar eine Einzelschusssniper. Da ist es so, wir gucken mal kurz rein in die Talente. Hat einmal das Talent Boshaft, hat einmal Fähig als Talent und Brutal. Brutal ist eine feine Sache für alle Scharfschützengewehre, denn man geht ja vorrangig auf den Kopf. In dem Fall bei der M44 ist es so, wie gesagt, das ist eine Einzelschusssniper und keine Autosniper. Man muss nach jedem Schuss manuell nachladen und das macht die Sniper im Moment noch recht uninteressant für mich persönlich. Ich würde also in dem Fall das Waffenbalancing Patch abwarten, ob sie da wirklich was dran ändern an der Art von Sniper. Und würde mir hier die 19.540 Phoenix Credits auf jeden Fall, ähm, Phoenix Credits, Blödsinn, Dark Zone Credits. Die 19.540 Dark Zone Credits, die würde ich mir sparen. Dann haben wir hier noch eine lilane Waffe, eine M60E6. Schwarzmarktversion, brauchen wir da drauf reinschauen. Ähm, sich eine lilane Waffe zu kaufen, ist eigentlich Quatsch. Dann haben wir hier noch eine M11, äh, eine M1911 Taktik. Ist eine Handfeuerwaffe. Will man seinen, äh, seinen, ähm, seinen Gearscore ein bisschen pushen, dann kann man sich so eine Waffe zulegen. Kostet 77.665 Dark Zone Credits. Hat das Talent Experte drauf, das hat ja, haben sie ja alle. Und dann haben sie hier noch, ähm, sparsam drauf gepackt, dass, ähm, man eben mit der letzten Kugel mehr Schaden, ähm, erzeugt. Ja, wie gesagt, wenn man unbedingt seinen, äh, seinen Gearscore pushen will, dann kann man das machen. Ansonsten ist das eigentlich jetzt keine Waffe, wo ich sag, jo, die muss man unbedingt haben. Ähm, dann haben wir hier nochmal eine RPK-74E Schwarzmarktversion. Ist ein leichtes Maschinengewehr. Da würde ich auch nochmal den Waffenbalancing Patch abwarten, was denn da, ähm, was denn da geändert wird. Denn im Moment ist es so, dass die leichten Maschinengewehre auch nicht wirklich konkurrenzfähig sind. Auch mit dem neuen Set nicht. Ich habe das ausprobiert, jetzt so überzeugt hat es mich nicht. Von daher würde ich bei den, ähm, bei den leichten Maschinengewehren einfach nochmal abwarten. Kann aber sein, dass das zusammen mit dem Set eine richtig gute Sache wird, wenn die, die leichten Maschinengewehre entsprechend anpassen, dass sie, wie gesagt, konkurrenzfähig werden. Jetzt gucken wir aber mal rein in die Talente. Hat das Talent sorgfältig? Ist an sich eine ganz gute Sache. Ist jetzt von den Talenten, die es so gibt, oder von den schlechten Talenten, die es so gibt, ähm, noch eine Sache, die ich als okay bezeichnen würde. Füllt halt einfach mit einer, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hier in dem Fall von 23,5% das Magazin wieder auf. Dann haben wir hier zerstörerisch. Ist eine ganz gute Sache, denn Rüstungsschaden macht einfach Sinn. Denn im Grunde sind alle Ziele, oder fast alle Ziele, mit Rüstung versehen. Dann haben wir hier noch das Talent entschlossen. Wenn man jetzt auf, ähm, auf Tag spielt, könnte das eine ganz gute Sache sein. Das reduziert einfach die Cooldown-Zeiten. Gut, dann schauen wir noch rein in die Blaupausen. Weil Kyria ist bekannt, die M44-Sonderanfertigung. Wie gesagt, da würde ich abwarten. Dann haben wir hier nochmal eine RPK-74E Military Version. Da würde ich auch nicht zuschlagen. Und der Rest ist eigentlich wie zuvor. Okay, dann sind wir schon so ziemlich durch. Ist jetzt keine Waffe dabei, im Großen und Ganzen, die mich zu Jubelstürmen veranlasst. Ich hoffe mal, der Shopping-Guide hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne ein Däumchen hinterlassen, in die Kommentare schreiben. Schreibt ruhig auch mal rein, was ihr so von den Waffen haltet. Ob denn eine Waffe dabei ist, oder eine Blaupause, die, ähm, von der ihr sagt, hey, die will ich unbedingt haben. Würde mich echt interessieren, was ihr da so, was ihr da so an, an Vorlieben habt. Oder was für Talente ihr bevorzugt. Wäre mal eine ganz interessante Sache, das zu wissen. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen, ganz klar. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Latan.